Moin, schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute mit einer kleinen Lass-Schnacken-Folge. Ich möchte mit euch über die Nominierungen und die Longlisten zum Spiel- und Kennerspiel des Jahres reden, die gestern veröffentlicht wurden. Und da gibt es, ja, ich glaube, so einiges, was wir ja ein bisschen bereden können. Aber ich bin euch auch auf jeden Fall noch eine Reaktion zur letzten Lass-Schnacken-Folge schuldig. Diese, ja, hat tatsächlich vor elf Monaten stattgefunden. Es ist schon ein bisschen her, ist ein bisschen eingeschlafen, das Format, aber ich möchte das gerne wieder etwas aufleben lassen. Und in der letzten regulären Folge zumindest, die nicht um die Spiele ging, ging es um Brettspielperlen. Und ich hatte so ein bisschen darüber sinniert, was für mich eine Brettspielperle ist, wie man vielleicht eine Brettspielperle definieren kann. Und bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass es so ein bisschen im Auge des Betrachters liegt. Ich hatte so ein bisschen das Beispiel Ein Fest für Odin angenannt. Da dachte ich, ja, eigentlich ist es für mich in meinem Regal schon eine Perle, wenn ich das vielleicht jemandem zeige, der nicht so häufig spielt und ich irgendwie mal ein richtig gutes Spiel zeigen möchte. Aber es ist natürlich in der breiten Masse sehr bekannt. Alle wissen, dass es eigentlich ein gutes Spiel ist. Und man kann es auf dem Gesamtbrettspielmarkt, in der gesamten Brettspielbubble halt eigentlich nicht als Perle bezeichnen. Und ihr habt auch wieder fleißig Kommentare geschrieben. Richtig, richtig cool. Habe ich echt alle gerne gelesen. Und ich möchte zwei von den Kommentaren aus der letzten Folge, ich verlinke euch die Folge hier oben gerne auch nochmal, dann könnt ihr da nochmal reinschauen, einmal vorlesen, die ich sehr interessant fand und die so ein bisschen auch widerspiegeln, was ihr denn zu diesem Thema denkt. Und ich glaube auch, ja, jeder von euch definiert eine Brettspielperle so ein bisschen anders. Und das erkennt man dann beispielsweise auch an diesen beiden Kommentaren. Der erste Kommentar von Peter Marschall, ji9fk, vor elf Monaten. Interessante Frage, was ist eine Perle? Es ist auf jeden Fall etwas Individuelles und nichts, wo sich alle einig sind. Es muss auch etwas seltener und in irgendeiner Hinsicht was Besonderes sein. So wie eine echte Perle halt auch. Wenn alle ein Spiel gut finden und oder haben, ist es begrifflich keine Perle, sondern halt ein Hit. Bestseller. Oder wie man es auch immer nennen will. Archenova und Brass zum Beispiel sind super, aber keine Perlen. Für mich ist eine Perle ein gutes Spiel, das meist schon älter ist und das nur noch wenige auf dem Schirm haben. Auch zum Beispiel deshalb, weil es im Handel nicht oder nur noch schwer zu bekommen ist. Vielleicht könnte man eine Perle auch als Geheimtipp gleichsetzen, mit einem Geheimtipp gleichsetzen. Beispiele für Perlen in meinem Spieleregal sind Troyes, Ora et Labora, Trajan, die Fürsten von Florenz. Tatsächlich habe ich keine von diesen Spielen gespielt. Vielleicht sollte man das mal nachholen, wenn er sie als Brettspielperlen bezeichnet. Und ja, ich muss ihm da recht geben. Also Brass und Archenova sind für mich eigentlich auch keine Perlen mehr. Es ist einfach zu bekannt, die sind zu bekannt, die sind zu sehr verfügbar. Alle wissen, dass die sehr gute Spiele sind. Das ist natürlich alles immer Geschmackssache, aber dem Großteil gefallen diese Spiele. Und ich finde es halt auch sehr gut, was er gesagt hat, dass es etwas Individuelles ist. Also für jeden ist es so ein bisschen anders. Das muss ich sagen, da stimme ich ihm voll zu. Und dann habe ich noch einen weiteren Kommentar von Axelsträubel920. Ich weiß auch nicht mal, ob die beiden tatsächlich noch auf meinem Kanal hier folgen, weil das ja schon elf Monate her ist. Also für mich ist eine Perle ein Spiel, welches unbekannter und seltener ist. Out of print und selten zu bekommen. Zum Beispiel. Oder ein Spiel, welches spielerisch mit dem großen Spiel des Jahres mithalten kann, aber nicht so gut verkauft wurde und deshalb unbekannter ist. Unglaublich teure Spiele, welche nicht so weit verbreitet sind, gehören für mich auch dazu. Zum Beispiel aus einem Kickstarter. Meine Perlen sind zum Beispiel Claymore Saga, in Klammern selten, Wildes Weltall, in Klammern Superspiel, aber eher unbekannt und Monster Hunter World The Board Game, sehr teurer Kickstarter. Grüße. Also das ist schon sehr interessant, weil er tatsächlich ja sagt, das Spiel des Jahres ist ein wirklich gutes Spiel. Also für ihn zählt anscheinend dieses Spiel des Jahres Siegel sehr viel und er vergleicht dann sozusagen seine Perlen mit dem Spiel des Jahres, ob das sie mechanisch genauso gut sind. Teure Kickstarter, weiß ich nicht, ob das Perlen sind. Wenn sie gut sind, würde ich sagen, ja, aber generell, nur weil sie teuer waren, da würde ich tatsächlich nicht mitgehen. Aber auch hier ist wieder der Faktor Alt genannt. Das heißt, Brettspielperlen müssen anscheinend irgendwie auch älter sein. Finde ich ganz interessant, aber ich weiß gar nicht, wenn ich einfach, ja, wenn man das mit einer richtigen Perle vergleicht, die ja irgendwie glänzt und schön ist und so, die muss doch nicht immer alt sein, oder? Hm, also, weiß ich gar nicht so genau. Gibt es vielleicht auch neue Brettspielperlen? Vielleicht werden wir es nie klären. Aber ich fand es ganz interessant auf jeden Fall, was ihr so geschrieben habt und damit würde ich das Thema dann auch abschließen wollen. So, und jetzt kommen wir zum heutigen Thema, nämlich zu den Nominierten und zu der Longlist zum Spiel des Jahres und zum Kennerspiel des Jahres. Vielleicht noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Gestern wurde im Place die Nominierungsliste und die Longlist veröffentlicht und, ja, nominiert in der Kategorie Spiel des Jahres sind auf den Wegen von Darwin, Captain Flip und Sky Team. Tatsächlich drei Spiele, die ich alle drei nicht gespielt habe. Sky Team habe ich mir jetzt mal angefragt. Das würde ich gerne einmal ausprobieren. Und, ja, auf den Wegen von Darwin und Captain Flip hoffe ich, dass ich das einmal irgendwo mitspielen kann, damit ich da auch ein bisschen mitreden kann. Das heißt, zu den Nominierten kann ich tatsächlich gar nicht so viel sagen. Ich weiß nicht, sind sie zu Recht nominiert oder nicht. Da könnt ihr ja mal eure Meinung zu schreiben. Aber dann wird es interessant, was dann so auf der Empfehlungsliste gelandet ist und vor allen Dingen, was auch auf der Empfehlungsliste nicht gelandet ist. Also auf der Empfehlungsliste haben wir noch Ghostwriter, Harmonies, Passt nicht, Schätze if you can, Tracking, Die Reise durch die Zeit und Trio. So, davon habe ich ein paar gespielt, ein paar habe ich nicht gespielt, aber mir fehlen tatsächlich auf dieser Liste auch noch so einige. Da komme ich gleich nochmal zu. Ghostwriter habe ich schon viel Gutes von gehört. Ist halt, glaube ich, ein sehr spezielles Spiel. Harmonies habe ich selber gespielt. Das ist ein kleines Spiel, bei dem wir, ja, quasi, es ist ein bisschen so wie Dreamscape. Bei Dreamscape kann man das ganz gut vergleichen. Wer das kennt, wir haben so Auftragskarten und dann müssen wir auf unserem Tableau unterschiedliche Landschaftsarten legen und die können wir dann auch so in 3D bauen. Also wir müssen immer gucken, dass bestimmte Landschaftsarten neben bestimmten Landschaftsarten oder nicht neben bestimmten Landschaftsarten sind und dann müssen wir ja schauen, wie hoch die einzelnen Landschaftsarten gebaut werden und dann müssen wir diese Auftragskarten erfüllen. Das ist wirklich ein sehr knifftiges Ding, muss ich sagen. Also ich finde es für ein Familienspiel schon, ja, sehr anspruchsvoll, zumindest vom Grad, wie man das Ganze optimieren kann. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ist tatsächlich einfach nicht meine Art Spiel, weil ich mit diesem 3D komme ich überhaupt nicht klar. Also ich, ja, für mich ist das, irgendwie habe ich das Gefühl, besonders schwierig, das immerhin zu verarbeiten. Aber es ist ein sehr schönes Spiel. Da habe ich, hätte ich fast darauf gewettet, dass das nominiert wird, wo das leider nicht. Gut, ich kenne jetzt die anderen Spiele nicht und weiß nicht, ob die anderen Spiele halt noch besser sind. Dann, was mich sehr freut, ist, dass Passtnich nominiert wurde. Zu Passtnich habe ich auch eine kleine Einzelrezension, die ich euch hier gerne nochmal verlinke. Das ist wirklich ein unglaublich cooles, kleines Kartenspiel mit so ein bisschen Uno, aber mit noch so einer Ebene, ja, mit nur so einer zusätzlichen Ebene, da wir quasi zwei Arten von Handkarten haben, nämlich Handkarten, die irgendwie offen ausliegen und Handkarten, die wir auf der Hand haben. Und dann, ja, ist das so ein richtig schönes, wir können uns auch noch gegenseitig ärgern, wir können den Gegner vielleicht in so eine kleine Falle locken und so. Also muss man sagen, wirklich ein grandioses Game, was einfach ein bisschen vielleicht am Layout, ein bisschen am Aussehen scheitert. Also ich glaube, wenn das noch ein bisschen cooler, ein bisschen pfiffiger, vielleicht sogar noch mit einem coolen Thema daherkommen würde, dann würde das Ganze noch ein bisschen auffälliger sein. Aber ich freue mich mega, dass das auf der Empfehlungsliste ist. Das ist vollkommen zu Recht. Ich habe wirklich letztes Jahr und dieses Jahr noch nicht so ein cooles Kartenspiel gespielt wie Passt nicht. Dann haben wir tatsächlich auch auf der Liste Schätze it if you can zu Schätze it if you can. Da habe ich schon einiges gesagt. Ich finde dieses Spiel wirklich schrecklich. Ich habe wirklich, ja, letztes Jahr und dieses Jahr kein Spiel gespielt, was mir weniger gefallen hat, muss man einfach sagen. Ich finde, das Spiel ist, ja, grandios schlecht. Es scheitert einfach an diesen teilweise unterirdischen Fragen. Es scheitert an dieser nicht zu Ende gedachten Box mit den Punktezählern. Ja, ein paar ganz nette Sachen sind dabei, ein paar ganz interessante Sachen sind dabei. Da kann man ein bisschen was lernen. Aber ansonsten muss ich sagen, also das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen, dass dieses Spiel auf der Empfehlungsliste ist. Ich finde es wirklich, ich würde es niemanden empfehlen. Und ja, leider, also um mich herum finden das tatsächlich ziemlich viele Leute gut. Also anscheinend hat es ja irgendwas, aber es ist halt überhaupt nicht mein Geschmack. Dann Tracking, die Reise durch die Zeit. Das habe ich mir auf der Messe angeguckt, auf der Neuheitenschau. Und das habe ich mir erklären lassen. Und ich fand es von der Erklärung her so unglaublich schlecht und langweilig, dass ich nie Lust hatte, es zu spielen. Und jetzt landet es auf der Empfehlungsliste. Da war ich etwas überrascht. Vielleicht muss ich das nochmal nachholen. Und dann haben wir natürlich Trio auf der Empfehlungsliste. Da muss ich sagen, wow, cooles Game. Es hat einfach lange gedauert, bis das in Deutschland bekannt wurde. Auf Englisch bzw. in anderen Sprachen gibt es das ja schon etwas länger. Und dass das dann letztes Jahr auf Deutsch kam und ja, tatsächlich so ein bisschen gehypt wurde, ja, überrascht mich nicht. Ein cooles Prinzip, ein bisschen Memory-Effekt, schönen Karten, ein einfaches Spielprinzip mit so ein paar Sachen, wie man das Spiel noch anpassen kann. Ein bisschen, ja, ein bisschen Wiederspielwert reinzukriegen. Und so, muss ich sagen, sehr schön. So, und jetzt, wo ist denn M-Lem, bitte? Also, M-Lem, das war doch auch super gehypt. Das macht super viel Spaß. So ein Push-Your-Luck-Game. Ich vermisse hier tatsächlich Push-Your-Luck-Games. Wobei ich nicht genau weiß, ob Captain Flip so ein Push-Your-Luck-Game ist. Kann schon ganz gut sein. Und dann, wenn Captain Flip natürlich nominiert wird, warum sollte dann M-Lem noch auf die Empfehlungsliste? Trotzdem fehlt mir das so ein bisschen. Und was mir auch sehr fehlt, ist Bonsai. Ich fand Bonsai, habe ich auch eine einzelne Rezension zu gemacht. Auch ein unglaublich cooles Spiel. Es sieht unglaublich schön aus. Hat ein tolles Thema. Es hat einen super einfachen Mechanismus. Der funktioniert. Der Spaß macht. Es geht echt schnell gespielt. Check ich nicht so ganz, warum das nicht auf der Empfehlungsliste gelandet ist. Ich weiß, es gibt extrem viele Spiele. Und so ein bisschen ist so dieses auf der Empfehlungsliste landen für mich auch so ein kleines Würfelspiel. Also ich erkenne da noch nicht so ganz die, ja, so ganz, woran sie das festmachen. Also bei Past nicht gehe ich halt voll mit. Bei Harmony's gehe ich auch mit. Die fand ich halt wirklich auch outstanding, sage ich mal. Aber Schätze-It-If-You-Can ist für mich so, ja, okay, gab es irgendwie kein besseres Party-Game? Oder gab es irgendwie kein besseres Wissensspiel? Musste irgendwie diese Art von Spiel da noch rein? Und warum denn das dann? Also das checke ich noch nicht so ganz. Trio finde ich gut. Ghostwriter kann ich halt, wie gesagt, nicht zu sagen. Und Tracking war auch irgendwie so, hm, also vom Spielprinzip weiß ich nicht. Und da, ja, weiß ich gar nicht. Fehlen euch irgendwie noch Spiele auf der Empfehlungsliste? Was hättet ihr da noch erwartet? Was sind denn für euch so die Spiele, die ihr im letzten Jahr gespielt habt, die ihr richtig cool fandet, die hier hätten drauf sein müssen? Oder die man zumindest, ja, hätte irgendwie nominieren können? Wir haben ja auch schon in der Folge davor so ein bisschen, da hatte ich da quasi den YouTube-Content ausgewertet. Da können wir auch noch mal raufschauen. Da waren ja tatsächlich in der Spiel-des-Jahres-Liste war Trio ganz oben, super. Das wurde auf die Empfehlungsliste gesetzt. Dann MLAM fehlt halt komplett. The Same Game fehlt komplett. Und da hätte ich gesagt, also, sorry, aber bitte tausendmal lieber The Same Game als Schätze, if you can. Hm. Dann, gut, Sky Team wurde nominiert, super. Schnitzeljagd auch nicht auf der Empfehlungsliste, obwohl das auch ein richtig tolles Spiel ist, was wirklich Spaß macht. Ready, Set, Bet finde ich voll in Ordnung, dass sowas nicht auf der Empfehlungsliste landet. Mycelia habe ich nicht gespielt, Harmonies war drauf, Tracking wurde genannt. Dann FTW. FTW als kleines, cleveres Kartenspiel. Hm. Weiß ich nicht. Hat vielleicht, gut, es hat seine Schwächen, je nachdem, mit wem man das spielt und wie man das spielt. Dann Kabanga. Wieso ist denn Kabanga nicht auf der Empfehlungsliste? Kabanga ist eines der geilsten Games, muss ich sagen, eines der geilsten Kartenspiele, die ich letztes Jahr gespielt habe, so nachpasst nicht vielleicht. Dann Five Towers, bitte. Five Towers war für mich eine sichere Wahl für mindestens die Empfehlungsliste, checke ich auch nicht so ganz. Rituals, Ninja Academy, Kufstein ist nicht drauf, Schade, Vita hat leider nicht gereicht, aber tolles Spiel trotzdem. Knarr ist nicht drauf, Drachenhüter fanden einige von euch auch ziemlich cool, habe ich gehört. Captain Flip hat tatsächlich nur zwei Stimmen bekommen und wurde nominiert. Triketter, wo ist Triketter? Triketter ist auch so ein gutes Spiel, so ein gutes Spiel. Das hätte man locker nominieren können. Auf den Wegen von Darwin hatten auch nur zwei Kanäle auf dem Zettel. Ja, und dann geht das hier so weiter. Chat if you can hatte nur einen Kanal, also weiß ich auch nicht so ganz genau. Ja, zum Spiel, das war es eigentlich so zum Spiel des Jahres, was ich mal ein bisschen loswerden wollte. Also so ein bisschen, ich weiß nicht, also bei den Nominierten kann ich wie gesagt nicht viel sagen, aber bei der Empfehlungsliste bin ich nicht so hundertprozentig zufrieden, nämlich so ein bisschen 50-50, sag ich mal. So, und dann kommen wir zum Kennerspiel des Jahres. Und das Kennerspiel des Jahres, da wurde nominiert E-Mission von Matt Leacock, das ist bei Schmidt-Spieler erschienen, habe ich auch eine Einzelrezension zugemacht, kann ich euch sehr empfehlen, dieses Spiel, könnt ihr auch nochmal hier reinschauen, damit ihr ein bisschen mehr dazu wisst. Dann die Gilde der fahrenden Händler von Skellig Games, Matthew Dunstan hat das gemacht und Brad J. Gilbert habe ich auch eine Einzelrezension zugemacht, auch ein wirklich tolles Spiel. Das ist auch so ein bisschen überraschend, muss ich sagen, dass das nominiert wurde. Ich hatte das, ich fand das zwar immer gut, aber es ist schon so weit weg, dass ich es gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel hatte, dass das irgendwie aus diesem Jahr ist und da ich ja die Vermutung angestellt hatte auch, dass vielleicht so die älteren Spiele nicht so viel Beachtung bekommen, ja, da wurde ich quasi Lügen gestraft, also das hier wurde nominiert und Zug um Zug Legacy, tolles Spiel. Ich verstehe nur die Nominierung tatsächlich nicht, ein Legacy-Spiel, so ein großes, teures Game zu nominieren. Ich glaube auch, es hilft, es wird nicht gewinnen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, das wäre einfach, das wäre nicht schlau, das wird den Preis auszuzeichnen und ich habe es ja jetzt auch sehr oft gespielt schon, wir haben noch drei Spiele, bis wir die Kampagne durch haben und ich muss sagen, so die ersten fünf Partien ist wow, richtig geil, richtig fett, das macht richtig viel Spaß, super, schöne, angenehme Partien mit diesem Zug-um-Zug-Mechanismus, man bekommt andauernd irgendwas Neues, aber ich muss sagen, jetzt so in den letzten Partien zieht sich das Ganze tatsächlich. Die Partien werden sehr viel länger, weil man sehr viel mehr Züge zur Verfügung hat und man bekommt einfach viel seltener neuen Kram und der Kram wird auch nicht unbedingt geiler, muss man sagen. Also die ersten Sachen, die man so auspackt, man kann, das tatsächlich ist das ja nicht linear, aber man kriegt so ein paar Sachen auf jeden Fall erst später und die sind einfach nicht unbedingt megageil, muss man sagen und das macht das nicht unbedingt, motiviert mich nicht, das jetzt sofort irgendwie zu Ende zu spielen. Deswegen plätschern die letzten Partien bei uns auch so ein bisschen dahin, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das gewinnt tatsächlich. So, und dann haben wir auf der Empfehlungsliste Bierpioniere habe ich nicht gespielt, leider. Ich fand, es sah schrecklich aus vom Aussehen. Ich hatte, ich habe so ein bisschen was drüber gehört, nicht viel, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was für Mechanismen das hat. Ich habe das, glaube ich, auf der Messe bin ich darauf vorbeigegangen, dachte so, hm, ja, weiß ich nicht, gibt irgendwie geilere Kennerspiele. Muss ich jetzt tatsächlich safe jetzt nochmal ausprobieren, das muss ich mir irgendwie besorgen. Dann Botanicus, das klingt ganz interessant, ist tatsächlich einfach an mir vorbeigegangen, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach ganz viele andere Spiele noch auf dem Zettel habe. Man kann leider nicht alles spielen, dafür haben wir die Zeit nicht. Dann Mischwald, ja, auf der Empfehlungsliste, muss auf der Empfehlungsliste, hätte ich auch gedacht, dass es nominiert wird, hat es leider nicht geschafft, aber es ist ein tolles, kleines Kartenspiel, was vielleicht einen Ticken zu lang dauert, für das, was es ist. Habt ihr auch in den Comments viel geschrieben, zum letzten Video, dass vielleicht auch der Punktemechanismus ein bisschen zu einseitig ist, dass Zählen am Ende ein bisschen anstrengend ist und so. Also es hat auch so seine Schwächen, aber ich finde es trotzdem ein sehr schönes Spiel, sehr schönes Kartenspiel. Dann haben wir noch Ritual, das ist ja so ein, aber ich glaube, es ist so ein, ist das kooperativ, ich habe es nicht gespielt, ich kenne nur die Packung. Also wir hätten es letzte Woche fast gespielt, ja, muss ich mir nochmal angucken, kann ich nicht viel zu sagen. Ja, und das sind die Spiele auf der Empfehlungsliste und dann denke ich mir so, okay, wo zur Hölle sind denn die guten Spiele? Also wo sind denn die guten Spiele, die wir hoch und runter spielen? Also wo ist denn The Veil of Eternity? Wo ist das Spiel? Das hat, das hätte ja safe nominiert werden müssen oder zumindest auf der Empfehlungsliste landen müssen. Wo ist Heat? Heat wurde so gehypt und Heat ist wirklich ein gutes Spiel. Ich selbst finde es okay und ich finde es auch okay, dass es nicht auf der Empfehlungsliste ist, aber eine Überraschung, dass das nicht dabei ist. Dann wo ist Die Weiße Burg? Die Weiße Burg ist so ein gutes Spiel. Da habe ich auch ein Einzelvideo zu gemacht und es ist auch insgesamt sehr gut angekommen in der Community, bei uns YouTubern, bei eigentlich allen, mit denen ich gesprochen habe, mit jedem, mit denen ich das gespielt habe. Ich fand das super und wollte das immer direkt nochmal spielen. Es ist so ein tolles Kennerspiel, wo man einfach so super hart optimieren muss, mit einem tollen Setting, mit einem tollen Artwork. Wo ist dieses Spiel? Nicht mal auf der Empfehlungsliste. Ich weiß, dass die Kenner spielen, muss man immer vorsichtig sein, was so diesen ja den Schwierigkeitsgrad angeht, weil die Spiel des Jahres Jury ja die etwas härteren Games sozusagen einfach nicht auszeichnen möchte. Es gibt halt keinen extra Experten-Spielpreis, aber es kommt, die Weiße Burg, wirklich, das ist, also von den Regeln ist das Pipi einfach und da liegt es halt darin, dass man das gut spielen muss und dann verstehe ich einfach nicht. Ein tolles, tolles Spiel. Gut, Sky Team wurde bei Spiel des Jahres, das hatten wir hier auf den Listen von den Content-Creative, Emission hatten wir und dann, wo ist denn Tribes of the Wind? Tribes of the Wind? Bitte? Eines der besten Spiele des letzten Jahres, das, es hat einen außergewöhnlichen Mechanismus, es hat ein außergewöhnlich tolles Thema, es sieht außergewöhnlich toll aus, es macht außergewöhnlich viel Spaß, also das, das muss doch auf die Empfehlungsliste, wenn, wenn solche Spiele nicht auf die Empfehlungsliste kommen, dann, sorry, aber dann können wir diese Empfehlungsliste auch einfach irgendwie streichen, habe ich so das Gefühl, das, das macht irgendwie wenig Sinn, muss ich sagen, das check ich nicht. Das hatte auch hier, vier Leute hatten das auf dem Zettel, vier Kanäle, Zug um Zug, Legacy, okay, Pirates of Makara, Kibu, okay, Helden müssen draußen bleiben, Gin, Komet, Bio-Pioniere, hatten auch nur drei auf dem Zettel, zwei Kanäle auf dem Zettel von den Content-Creatoren, ja, Pirate Tales, Match of the Century, es gibt so viele, das ist, ich verstehe auch, dass so Spiele wie Revive, es ist halt einfach ein Expertenspiel, ist vielleicht ein bisschen zu hart, Nucleum, dass solche Spiele nicht auf der Empfehlungsliste landen und nicht nominiert werden, weil sie dann zu anspruchsvoll sind, okay, aber eins hätte man trotzdem irgendwie draufnehmen können, oder? Weil ich meine, sowas wie Dune war doch auch mal nominiert sogar, das war sogar nominiert, Dune Imperium und jetzt landen solche Spiele nicht mal mehr auf der Empfehlungsliste, weiß ich nicht. Ja, das ist so ein bisschen meine Meinung dazu, ich bin deswegen tatsächlich nicht ganz zufrieden, wie man das natürlich irgendwie fast jedes Jahr ist oder nicht ist, es ist das alte Lied, aber gut, so ist es nun mal und ja, das wollte ich auf jeden Fall so ein bisschen loswerden und ich bin sehr gespannt darauf, wie ihr zu diesem Möbel denkt, ja, schreibt mir, okay, dann fahr mal in den Jahren, welche Spuren und drei Bahnen und welche die Klinik und 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 die Klinik Ein weiteres Video hier auf meinem Kanal, hier ein Video, ein Spielvideo aus den letzten Tagen und Wochen mit sieben Spielen, die ich gespielt habe und euch dann kurz vorstelle, wenn ihr euch ein paar Fragen habt, was man macht und hier unten noch ein Video, was mir YouTube euch vorschlägt.